Wer mit Narzissten zu tun hat, der weiß, dass Narzissten etwas lieben und das ist Macht und Kontrolle. Sie wollen dein Leben bestimmen, sie wollen die Situationen bestimmen, sie wollen bestimmen, mit wem du zusammen bist, mit wem du nicht zusammen bist, sie wollen bestimmen, was du tust, was du nicht tust, wie du dich zu verhalten hast, wie du in der Öffentlichkeit dich zu präsentieren hast. All diese Dinge sind dazu da, ihm Macht und Kontrolle zu geben, indem er dich bestimmt, dein Leben bestimmt. Und sein großes Ziel dabei ist es, dass er die Zufu von dir bekommt und zwar 24-7. Das heißt, die ganze Zeit solltest du für ihn da sein, solltest du dich um ihn kümmern und wenn du jetzt einen Freundeskreis hast, gute Beziehungen hast, dann versucht er diese zu verändern, dich aus diesen Beziehungen heraus zu isolieren, damit er dich ganz für sich hat. Doch wie schafft er das und vor allem, wie schafft er es, dass du es nicht bemerkst? Diese Frage geht über die Manipulation des Nichtgesagten. Und um dieses Thema soll es heute gehen. Wie schafft es der Narzischt, dich zu manipulieren, ohne dass er es direkt sagt, ohne dass er es dir mitteilt? Und trotzdem verstehst du, was er meint. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwerter und Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher, Gründer des Deutschen Instituts für Burnout und heute beschäftigen wir uns mit diesen manipulativen Dingen, die der Narzisst anwendet, um dich zu kontrollieren. Wer mit Narzissten zu tun hat, der hat ein schweres Leben. Wenn Narzissten deine Persönlichkeit verändern, dein Leben verändern, deine Beziehungen, dein soziales Umfeld verändern, sie greifen komplett in dein Leben ein, bestimmen es und trennen dich von deinen sozialen Beziehungen heraus, trennen dich von deinen Möglichkeiten heraus, die in dir liegen, damit du ganz für sie da bist, damit sie dich ganz in ihrer Hand haben. Doch wie geht das? Wie können sie es schaffen, dass du dich immer wieder manipulieren lässt? Jetzt nicht, es geht nicht um Schuld oder um Dummsein, sondern einfach diese Art ist so gut, sie sind so schlau in dem, was sie tun, dass sie dich dahin bringen, die Dinge so zu tun, wie sie wollen. Wählt sie über eine Möglichkeit verfügen, die sie immer wieder anwenden. Sie versuchen, über die Stimmung dich zu manipulieren, aber wie gelingt es ihnen? Angenommen, du möchtest deine Freunde öfters treffen, möchtest mit ihnen etwas machen, wo der Narzisst dann nicht dabei ist, sondern das machst du für dich und er versucht jetzt immer wieder nachzufragen, nachzubohren. Ist es eigentlich so wichtig, deine Freunde? Bist du so abhängig von denen? Und immer wenn du von denen zurückkommst, dann bist du verändert, das ist überhaupt nicht gut, dann ist irgendetwas mit dir passiert. Also ich glaube, dass die Freunde dir nicht gut tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Beziehungen auf Dauer für dich und deine Persönlichkeit von Vorteil sind. Ach, heute schon wieder zu deinen Freunden? Ich habe eigentlich gedacht, man könnte doch was Nettes zusammen machen, aber wenn dir deine Freunde lieber sind, ist das ja okay. Also ich habe schon oft Menschen gesehen, die Freunde haben, aber das, was du machst, das ist ja schon fast übertrieben. Mit solchen Sätzen versucht er etwas in dich zu legen, stimmungsmäßig, damit du anfängst, an diesen Freundschaften zu zweifeln, dich zu fragen, ob du vielleicht tatsächlich zu viel mit deinen Freunden machst und dann etwas in dich zu pflanzen, diesen Samen des Unbehagens, diese Stimmung. Du gehst zu deinen Freunden, na gut, wenn dir das wichtiger ist, dann geh. Wenn dir deine Freunde zweimal in der Woche wichtiger sind, als einen schönen Abend mit mir zu verbringen, finde ich in Ordnung, darfst du machen. Wenn du dann von den Freunden zurückkommst, ist eisige Stimme, vielleicht auch das Silent Treatment. All diese Dinge, die dann kommen können, passieren können, mit denen er dich über die Stimmung beeinflusst. Und irgendwann lässt du nach, deine Freunde zu besuchen, denkst vielleicht, ja, sie sind vielleicht gar nicht so gut für mich und du gibst diese Freundschaften Stück für Stück auf und irgendwann dreht sich das und du lässt den Kontakt komplett und der Narzisst fragt dich, ja, willst du deine Freunde nicht mehr besuchen? Und jetzt kommt etwas, ja, du hast doch gesagt, dass die Freunde nicht gut sind für mich, dass ich sie nicht mehr besuchen soll. Moment, Moment, das habe ich nie gesagt. Und genau um das geht es, das hat er nie gesagt. Und jetzt bist du im Dilemma. Das heißt, du hast die Stimmung aufgenommen. Die Stimmung, der möchte nicht, dass du deine Freunde triffst, am lieben wärst ihm, wenn du es abbrechen würdest. Er lässt dich das immer über die, durch die Blume wissen. Und jetzt sagst du, aber du hast doch gesagt, ich soll sie nicht mehr treffen. Und jetzt kann er sich zurücklehnen und sagen, äh, du, das habe ich so nie gesagt. Wenn du das so verstanden hast, dann ist das dein Problem. Gesagt habe ich das nie. Und jetzt stehst du im Dilemma, du weißt, dass er so gemeint hat, aber er hat es nie so gesagt. Und das ist das Gemeine bei narzisstischen Manipulationen, dass sie immer rauskommen. Auch jetzt übernimmt er die Verantwortung nicht für das, dass er dich eigentlich hier raus isolieren wollte, sondern überträgt sie auf dich. Ich habe das nie gesagt. Wenn du das machst, ist das okay. Das ist deine Entscheidung. Aber ich habe dich da nie dazu gedrängt. Und wenn du das falsch verstehst, also dann tut mir das wirklich, wirklich leid. Und merkt dir etwas, in vielen Gebieten sprechen die Narzissten die Dinge nicht klar an, sondern lassen dich im Unklaren, stellen das eher als eine Frage hin, wenn sie etwas wollen. und dann darfst du erraten, was es ist. Und sei dir gewiss, wenn du es nicht errätst, hey, du kennst mich jetzt schon so lange und weißt nicht, was ich will, was ich empfinde, wie es mir geht. Und wenn du das dann machst und dann sagst, aber das hast doch du so gewollt. Ne, ne, das habe ich so nicht gewollt. Also, dass du das so verstanden hast, das tut mir leid, war nie meine Absicht. Und diese Manipulation ist eine der Gemeinsten, weil ihr keine Möglichkeit habt, keine Möglichkeit, dich dem zu entziehen, weil ihr das aufnehmt, weil diese Stimmung auf euch übertragen wird und weil es so schwierig ist, dann danach noch etwas dagegen zu tun, weil ihr euch ja schon entfernt habt. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass Manipulation auf eine Art stattfinden kann, die so schlau ist, so hinterhaltig, so gemein und die dich in die Verantwortung bringt, dich als den Buhmann dastehen lässt, während der Narzisst sein Ziel erreicht hat, nämlich dich zu isolieren. Hat dir das Video gefallen? Gerne den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, gerne auch bei Amazon die Bücher anschauen. Vielleicht gefällt dir eines, das dir weiterhelfen kann, damit du auch in diesem Thema vorankommst. Und ich wünsche dir natürlich auf deinem Weg in deine Freiheit alles, alles Gute. Kommentiere, wenn es dir so ähnlich ergangen ist, dass du Sätze hast, die der Narzisst bei dir angewendet hat, damit man diese kennenlernt und damit man merkt, wie das ganze Spiel läuft und vor allem, dass die Community sieht, sie sind nicht allein mit dem Problem. Und natürlich sende ich dir wie immer ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner